So, wir sind jetzt unterwegs nach Cantona, die Pyramidenstadt in Puebla. Soll wunderschön sein, nicht so touristisch erschlossen, relativ ursprünglich noch. Die Idee war ein schneller Tagesausflug. Die Idee können wir leider nicht so umsetzen, weil auf der Autobahn eine Totalsperre ist, haben wir es gerade erfahren. Das heißt, wir müssen einen Umweg nehmen und wir werden sehen. Wir sind gespannt. So, wir sind jetzt hier auf dem Parkplatz der Pyramidenstadt Cantona. Der Parkplatz ist leer, also nicht leer, zehn Autos würde ich sagen. Das heißt, wir können die Pyramidenstadt für uns genießen heute. Es geht ein frischer Wind, aber ist uns egal. So, Picor is over. Im Hintergrund. Wirklich eine tolle Stadt. Riesig. 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 Sauber gehalten. Im Hintergrund. Wirklich eine tolle Stadt. Riesig. Riesig. Sauber gehalten. Schön restauriert. Absoluter Besuchwert bis dato. Eine der einzigen Pyramidenstädte mit Straßensystem. Wegsystem. Im Armada wäre es zu eng. Für mich. Von schwerfag. Und noch weiter hoch. Herrlich, frische Luft, feine Temperaturen, so kann man es machen. So, kurze Pause, zur Stärkung, das Baby ist auch aufgewacht. So, wir sind jetzt hier an der Spitze. Wunderbaren Weitblick heute, Cofre de Perotte, Pico de Orizaba, La Malinche. Super cool, richtig cooler Platz hier. So, wir sind jetzt hier an der Spitze. So, wir sind jetzt hier an der Spitze. So, wir sind jetzt hier an der Spitze. So, wir sind hier an der Spitze. So, wir sind hier an der Spitze. So, wir sind hier an der Spitze.